Hallo erst mal. Wer den Vortrag vorhin gesehen hat über den Traumschreiber, der hat einige Ideen davon bekommen, was man mit elektrischen und magnetischen Feldern im Gehirn so anstellen kann. Da gibt es diese magnetische, transkraniale Stimulation, mit der man Prozesse im Gehirn ansteuern kann und damit so ganz grob Dinge im Gehirn bewegen kann. Die Kollegen eben haben gesagt, das geht alles noch nicht so genau. Wenn man sich in die Fotobiochemie begibt, dann geht das alles ein bisschen genauer. Ihr schaut euch ja schon die ganze Zeit hier das Filmchen an. Man sieht da eine Maus, was man nicht so genau sieht, eine kleine Elektrode im Kopf hat. Genau gesagt ist das eine Optrode, die sowohl mit Licht was anregt, als auch dann ausliest, was da passiert. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass immer wenn da das blaue Licht leuchtet, die Maus anfängt im Kreis zu laufen. Das hängt damit zusammen, dass man ein Bewegungszentrum stimuliert, was eben dafür sorgt, dass gerade die rechte Körperhälfte sich da auch ein bisschen stärker bewegt als die linke. Das sind keine Arbeiten von mir, das sind Arbeiten von einem Fotobiochemiker oder Optogenetiker in Stanford. Der hat vor acht Jahren mit den Arbeiten angefangen und da auch einiges an Aufsehen erregt. Und insgesamt beobachtet man im Moment, wenn man so die Literatur ein bisschen verfolgt, dass Licht zur Steuerung von biologischen Prozessen gerade eine ganz heiße Sache ist. Und das ist ja auch so eine Art Hacking von biologischen Systemen und deshalb passt es auch ganz gut hierhin. Ja, warum will man überhaupt da was hacken? Wenn man sich biologische Systeme anschaut und die wirklich mal im Detail anschaut, also nicht nur auf die Ebene von Zellen geht, sondern noch die Ebene da drunter, auf die Ebene von Molekülen, dann stellt man fest, dass das ziemlich komplexe Netzwerke sind. Wir wissen, der Mensch hat irgendwie 23.000 Gene und die machen wiederum so ungefähr 100.000 Proteine und die machen alle was miteinander. Und wie die miteinander interagieren, das sieht man auf solchen Wechselwirkungskarten, so Pathway Maps. Und hinter diesen Maps stecken immer Jahrzehnte von Forschung, wo man halt versucht hat aufzuklären, wer macht denn da was mit wem. Die Sache ist, wir wissen mittlerweile, wie viele Proteine so zusammenhängen, aber wir wissen immer noch nicht genau, was passiert, wenn man jetzt einzelne Komponenten rausschaltet. Und wie wichtig ist da ein einzelnes Protein und was passiert, wenn ich eins ausschalte, übernehmen die anderen die Funktion oder ist dann alles verloren. Und das ist so eine ganz wichtige Fragestellung heute in der Forschung. Eigentlich möchte man einzelne Komponenten gezielt ein- und ausschalten können, um rauszukriegen, was machen die eigentlich. Und die Herausforderung dabei ist, die gleiche Komponente, die kann an verschiedenen Stellen im Körper verschiedene Funktionen haben. Deshalb macht es keinen Sinn, die global zu verändern, sondern man möchte eigentlich die Veränderung irgendwo in einem ganz bestimmten Organ oder vielleicht sogar nur in einem Teil von einem Organ machen. Wenn man eine Komponente ausschaltet am falschen Zeitpunkt, kann das tödlich sein. Deshalb will man auch nicht Organismen bauen, die grundsätzlich irgendeine Komponente nicht haben. Und eigentlich möchte man auch so schalten können, dass man nicht nur den Zeitpunkt und den Ort genau auswählt, sondern auch hin und her schalten kann. An und aus, damit man wirklich sieht, wenn da so ein Effekt kommt, geht er auch wieder weg, wenn ich den Schalter wieder zurücklege. Und das haben wir ja eben oben in dem Eingangsfilm gesehen. Offenbar funktioniert so was. Das genetische Schalten, das funktioniert meistens lebenslänglich. Irgendwann macht man diese Veränderung und der Organismus bleibt dann so. Das ist also nicht im Sinne von hin und her schalten. Man kann über Wirkstoffe schalten. Das machen wir immer dann, wenn wir zum Beispiel Kaffee trinken. Dann schalten wir bestimmte Rezeptoren im Gehirn aus und gaukeln dem Körper vor, wir sind auch gar nicht müde. Also das medikamentös oder halt mit Drogen oder anderen Wirkstoffen, das geht mittlerweile relativ gut. Man kommt damit aber nicht überall hin. Und das ist dann halt auch immer meistens im ganzen System. Und das Hin- und Herschalten dauert schon ein bisschen, bis da mal so ein Wirkstoff ankommt, bis er wieder weggeht. Deshalb ist eine schöne Alternative, mit Licht zu schalten. Und das hat mehrere Gründe. Licht ist schnell. Wenn ich Licht einschalte, ist das auch direkt an dem Ort, wo ich es hinrichte. Und das schaltet auch schnell. Diese Schaltprozesse auf molekularer Ebene, die gehen sehr schnell. Wenn man Licht sich mal als Frequenz vorstellt, die Lichtwellen, nennen sie es im Terraherzbereich, das sind also Prozesse, die sehr, sehr schnell gehen. Was dann im Organismus passiert, das dauert dann vielleicht ein bisschen länger. Ja, dann kann man Licht örtlich begrenzen. Sie kennen das irgendwie, so Lasern, mit denen man Figuren schreiben kann. Das hängt damit zusammen, dass man eben Licht sehr schön örtlich steuern kann. Und dann kann man berührungsfrei steuern. Das kennen Sie von einer Fernbedienung. Also das sind alles Aspekte, die Licht zu einem sehr attraktiven Steuerungssystem machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man jetzt einen Organismus empfänglich für Licht machen? Da muss man sich mal in der Biologie ein bisschen umschauen, denn die Biologie hat ja schon selber sich Systeme ausgedacht, mit denen sie auf Licht reagieren kann. Nehmen wir mal hier so Sonnenblumenkeimlinge. Die richten ihre Blätter immer so aus, dass sie möglichst senkrecht zum Licht stehen, damit sie möglichst viel Lichtenergie aufnehmen können, um über Photosynthese ihre Nährstoffe herzustellen. Man kann das im Bereich der Mikroorganismen nochmal anschauen. Bei Pflanzen heißt das Phototropismus, das Wenden zum Licht. Bei Mikroorganismen heißt es Phototaxis. Und hier ist ein Mikroorganismus, der früher auch mal in meiner Schule im Biologieunterricht vorgestellt wurde. Das ist Euglena, das Augentierchen. Das hat so einen kleinen roten Augenfleck, mit dem es sich nach dem Licht orientieren kann. Und hier ist mal so ein Beispielexperiment. Da sitzen diese Zellen alle unter einem Lichtfleck vom Mikroskop auf ihrem Objektträger. Und was Sie gleich im Film sehen werden, ist, der Objektträger wird verschoben und da, wo kein Licht war, sind auch keine Zellen. Und, fangen wir das mal an. Die wuseln also hier so vor sich hin, fühlen sich da sehr wohl, weil sie schön beleuchtet werden. Und da, wo nichts beleuchtet ist, sind auch keine Zellen, aber die bewegen sich gerne zum Licht hin. Ja, und folgen also jetzt so nach und nach in dem Bereich von diesem Lichtfleck. Und wenn man lang genug wartet, sind sie auch wieder alle da versammelt. Und da, wo sie vorher alle gesessen haben, findet man keine Zellen mehr. Also offenbar gibt es in der Biologie so Systeme, mit denen man Organismen für Licht empfänglich machen kann. Die könnte man jetzt von einem Organismus in den anderen umbauen. Und wir Menschen haben natürlich auch ein solches System. Wir können Licht sehen. Und da passiert also auch offenbar was, wenn Licht in unser Auge fällt, dass wir da hinten im Gehirn irgendwo ein Bild erzeugen und das irgendwie noch weiter prozessieren, dass wir dann erkennen, da sitzt irgendwo ein Publikum vor mir oder ich sehe hier eine Präsentation. Da wird also irgendwo zellulär irgendwas mit verrechnet mit den Informationen. Und auch da gibt es Moleküle, die für diese Lichtaufnahme verantwortlich sind. Wenn man mal so ins Auge reinschaut, dann spielt sich das Ganze hinten in der Netzhaut ab. Die Netzhaut kann man nochmal unterteilen. Da gibt es so verschiedene Zelllagen. Hier ganz hinten, so zur Schädelhinterseite, da ist die Lage mit den Fotosensoren. Die schicken ihre Signale hier durch mehrere Schichten von Zellen wieder nach vorne und von da aus dann in den Sehnerv. Ist irgendwo ein bisschen umständlich konstruiert, aber so ist das im menschlichen Auge aufgebaut. Und wenn man jetzt nochmal in diese Sehzellen reinschaut, dann sitzen da bestimmte Proteine, die auf Licht reagieren. Und auch da kann man nochmal reinzoomen. In diesen Proteinen findet man ein kleines Molekül, das Transretinal. Und Retinal ist das, was man so als Vitamin A aufnimmt. Das, was so gut für die Augen ist. Das ist nämlich genau das Molekül, was wir in unser Sehpigment einbauen. Und wenn man das jetzt belichtet, irgendwo im sichtbaren Bereich, dann klappt das um. Hier oben dieses blaue Atom, diese blaue Ecke vom Molekül, wo das N steht, sehen Sie so eine Zacke eingezeichnet. Das ist die Transform. Und nachdem es belichtet wird, dann sehen Sie hier das Gelbe nachgezeichnet, in so eine U. Das ist die Cisform. Das heißt, das Molekül klappt bei Belichtung um. Und dieses Umklappen wird auf die komplette Struktur übertragen. Und das führt dazu, dass sich in der Zelle eine Pore öffnet. Also dieses Protein selber ist ein Kanal, der ist normalerweise zu. Wenn das Licht drauf scheint, geht er auf. Und dann kann dadurch ein elektrisches Signal erzeugt werden. Und das geht irgendwo weiter ins Gehirn und wird verarbeitet. Also haben wir tatsächlich eine Umwandlung von einem Lichtsignal in ein molekulares Signal und von da wieder in ein elektrisches Signal. Das kann man natürlich irgendwie für so Schaltprozesse ausnutzen. Ja, wenn man das, wenn man Chemiker mit der gleichen Fragestellung anredet, dann sagt er einem, naja, es gibt eigentlich zwei Arten, wie man mit Molekülen schalten kann. Man kann entweder durch Licht ein Molekül spalten oder man kann es durch Licht verformen. Das, was wir gerade gesehen haben, war eine Verformung. Mit dem Spalten wäre das so. Man scheint also da Licht auf so eine fotolabile Gruppe, die geht kaputt und dann wird im Molekül irgendwas freigegeben und dann kann ein molekularer Prozess passieren. Und das ist in dreifacher Hinsicht ein einfacher Prozess. Es ist nämlich zum einen einfach zu machen, also leicht. Dann ist es aber auch eine einfache Angelegenheit. Es geht nämlich nur einmal. Wenn man da einmal geschaltet hat, dann ist es kaputt. Dann kriegt man es nicht mehr zurück. Und ja, deshalb geht es auch immer nur in eine Richtung zu schalten. Also nochmal einfach. Diese Verformungsgeschichte, die ist ein bisschen kompliziert. Also was in ein Molekül einzubauen, da muss man schon einiges verstehen oder man nimmt sich eben die Vorlage aus der Natur gleich raus. Das Schöne ist aber, das ist wiederverwendbar. Weil man es nämlich hin- und zurückschalten kann. Das ist also dafür, für den Zweck, den wir hier verfolgen, eigentlich interessanter. Ja, wie geht man vor, wenn man jetzt so ein biologisches System untersuchen will? Man hat also irgendeine Fragestellung. Werden wir gleich ein paar Beispiele sehen, was für Fragestellungen das sein können. Dann schaut man sich den molekularen Schaltplan an. Sie haben ja auf der ersten Folie schon gesehen, für biologische Prozesse kann man genau wie für eine elektrische Schaltung so ein Schaltbild malen, sagt, da möchte ich schalten, das will ich ausmachen. Dann geht man zu seinem molekularen Werkzeugkasten, sucht sich da ein geeignetes Schaltelement aus. Genau wie Sie bei, was weiß ich, Elektrokonrad da Komponenten kaufen können, kann man mittlerweile bei diversen Chemikalien handeln. Entweder Moleküle kaufen oder auch Gen-Bausteine kaufen, die nachher einen Fotoschalter ergeben. Den Schalter baut man in sein System ein. Da muss man den Schalter testen, ob er denn wirklich an- und ausschaltet und ob er nicht irgendwie undicht ist, dass irgendwie der Prozess läuft, obwohl er eigentlich ausgeschaltet sein soll. Ja, und wenn alles gut geht, kann man damit dann auch eine Fragestellung beantworten. Gucken wir uns das mal an. Es gibt im Körper verschiedene Kommunikationsprozesse, wie Zellen innerhalb vom Körper miteinander reden. Und das machen sie nicht über Licht und nicht über Schall, sondern über Moleküle. Und es gibt dann eine Senderzelle, hier vorne, die schickt eine chemische Botschaft an eine Empfängerstelle und die macht dann irgendwas. Beispiel könnte sein, eine Zelle, die am Entzündungsort sitzt, die schickt einen molekularen Hilferuf aus und ruft damit die zelluläre Feuerwehr, also unser Immunsystem. Und diese Stoffklasse, die das macht, die heißen Chemokine, die werden eben von verärgerten Körperzellen ausgeschüttet, wenn da zum Beispiel Bakterien eingedrungen sind. Das ist also ein Molekül, was gleich Hilferuf ist. Die werden dann von weißen Blutkörperchen, die nennen wir Leukozyten, von denen werden die erkannt. Und das ist so eine Art molekulare Feuerwehr. Und wenn diese Zellen erkennen, dass da ein Hilferuf ausgeschickt wurde, dann wandern die zum Entzündungsort ein und schütten da eine ganze Reihe von Enzymen aus, fressen Bakterien auf und sorgen dafür, dass diese Entzündung auch wieder weggeht. Das ist also ganz wünschenswert. Es kann auch daneben gehen. Wenn das Ganze nicht gestopft wird, können da chronische Entzündungen draus folgen, Allergien und so Prozesse, die spielen auch bei Autoimmunerkrankungen und Krebs eine Rolle. Deshalb sind diese Signalmoleküle ein recht attraktives Forschungsziel. Im Grunde sind diese Chemokine auch so eine Art molekularer Zündschlüssel. Denn wenn die an einen bestimmten Rezeptor in der Zelle binden, dann wird in der Zelle ein Prozess eingeschaltet, durch den die Zelle dann zum Laufen angeregt wird. Und Sie sehen, das ist hier schon eine recht komplizierte molekulare Struktur. Das sind auch hier wieder stark vereinfachte Molekülmodelle. Und was man da aber erkennen kann, ist, dass da offenbar so wie so eine Schlüssel-Schloss-Passung ist. Und wenn man dieses System manipulieren will, könnte man zum Beispiel eine Blockade auf diesen Schlüsselbad setzen, auf molekularer Ebene. Und diese Blockade könnte man dann durch Licht wieder entfernen. Das haben Kollegen von uns gemacht. Dieses Caging-Prinzip. Die Idee, man sperrt ein Molekül in einen Käfig, der sich durch Licht wieder öffnen lässt. In der Fachliteratur findet man das unter dem Namen. Und die Idee ist eigentlich, das Bindemolekül kriegt diesen Knubbel aufgesetzt, der wieder abspaltbar ist. Und dann scheint man Licht drauf. Diese Bindung geht kaputt. Die sperrige Gruppe geht weg. Und dann kann, wenn alles gut geht, können diese beiden Moleküle wieder aneinander binden und den biologischen Prozess auslösen. Und dann gibt es hier diese Werkzeugkiste von fotoschaltbaren Gruppen, die man um wohl loswerden kann. Müssen wir uns jetzt nicht im Detail drüber unterhalten. Es gibt welche, die die Biochemiker besonders gerne verwenden. Und wichtig dabei ist, das müssen sperrige Moleküle sein. Die müssen so groß sein, dass sie da eine Wechselwirkung verhindern können. Die sollen auch möglichst viel Licht absorbieren, damit der Prozess schnell vorangeht. Es soll auch möglichst Licht mit nicht zu viel Energie sein, damit man das biologische System nicht kaputt schießt. Und das soll effizient laufen. Das Licht, was da aufgenommen wird, das soll auch für die Spaltung der Bindung draufgehen und nicht für irgendwelche Fluoreszenzprozesse oder was Moleküle sonst noch mit Lichtenergie machen können. Und dann soll das auch alles schön definiert ablaufen und nicht komische Nebenreaktionen machen. Und hier ist so ein Beispiel für so ein Molekül, mal aufgezeichnet. Und Sie sehen, auch wenn man sich sonst mit Molekülen nicht so viel auskennt, die sind irgendwie groß und unhandlich. Und da gibt es irgendwo eine Spaltstelle hier. Das sieht schon so ein bisschen für einen Chemiker so ein bisschen aus wie Kohlendioxid. Also ein NO2 ist immer eine Gruppe, da wird gerne Licht aufgenommen. Und wenn ich jetzt hier Licht drauf strahle, dann fliegt das CO2 hier raus und diese sperrige Gruppe diffundiert weg. Und das Protein hat jetzt wieder seine normale Gestalt und kann auch seine normale Funktion ausführen. Das hat man mal mit einem dieser Chemokine gemacht. Das Chemokin heißt Rantis. Ich nehme schon mal vorweg, Biomoleküle haben oft sehr lange, unhandliche Namen, die irgendwo aus ihrer Entdeckungsgeschichte kommen. Der Kai geht gleich in seinem Vortrag da auch nochmal drauf ein, was so bei diesen langen Namen passieren kann. Wenn man mit so chemischen Schutzgruppen arbeitet, ist das für einen Chemiker toll, weil das kann er alles synthetisieren. und dann hat er eben ein Molekül, was eben in der Funktion gesperrt ist. Dann muss er jetzt noch gucken, ist das Fotoschaltbar. Und dann macht man also Versuche, man setzt das Molekül ein, schaut sich an, wann dann Zellen, wenn ich dieses Molekül in meine Apparatur gebe. Und dann sieht man also, wenn ich das unveränderte Molekül nehme, hat das eine gewisse Grundaktivität. Wenn ich das chemisch veränderte Molekül nehme, dann wandern überhaupt keine Zellen mehr oder viel weniger. Und wenn ich das jetzt belichte, das ist die rote Linie, dann ist es also offenbar wieder freigeschaltet und aktiviert. So, jetzt kommen wir mal zu der Anwendung in biologischen Systemen. Wir haben hier so eine einzelne Immunzelle, die schwimmt in einer Lösung mit diesem chemisch veränderten Lockstoff. und dieses kleine grüne Kreuz darunter ist der Punkt, wo gleich mit einem Laser drauf gestrahlt wird. Und dann fährt man mit dem Laser durch die Lösung und setzt immer da, wo stark belichtet wird, dieses Molekül wieder frei. Also man schießt die Schutzgruppe ab. Ups, so sollte das nicht aussehen. So, und jetzt malen wir hier in grün den Laserpfad und in rot malen wir den Pfad nach, wo die Zelle lang kriecht. Und Sie sehen, die ist ganz versessen darauf, immer dem frisch freigesetzten Molekül hinterher zu laufen. Und das kann man auch mit vielen Zellen auf einmal machen. Da hat sich also hier mal ein Forscher von den Kollegen da ein Spaß gemacht, ein Herzchen in die Lösung reinzuschreiben. Man kann ja mit diesen Lasern alle möglichen Muster malen. Und Sie sehen, die Zellen rennen also zielstrebig dahin, wo wir mit dem Laser diesen Stoff freigesetzt haben. Man kann dann auch so die Kommunikation von Zellen beeinflussen. Hier sind zwei verschiedene Sorten von Immunzellen, die gerade miteinander kommunizieren. Da werden irgendwie so über die Oberflächen Moleküle Informationen ausgetauscht. Und dann fangen wir hier oben mit unserem Lichtpunkt, der mit dem roten Kreuz gekennzeichnet ist, an, die zu stören. Wir locken jetzt die graue Zelle also weg von der roten Zelle. Und man kann zeigen, dass das funktioniert. Wir sehen, der graue, der zieht hier seinen Fortsatz von der anderen Zelle langsam weg. Und jetzt checkt er, dass da oben was wirklich Spannendes passiert. Jetzt fängt er an, da Fortsätze auszufahren und lässt jetzt die andere Zelle links liegen und hat da also wirklich größeres Interesse daran, diesem künstlichen Lockstoff nachzulaufen. Und das Ganze kann man auch in lebenden Systemen machen. Das ist hier ein Beispiel aus dem Mäuseohr. Das nimmt man immer, weil man da unter dem Mikroskop ganz gut reinschauen kann. Und in dem Film, wenn die Zellen da so wild sich durcheinander bewegen, sieht man es nicht so deutlich wie in der Bilderfolge. Aber wenn man hier da eben dieses künstliche, diesen künstlichen Lockstoff reingibt und mit dem Laser an einer Stelle anregt, sieht man, dass sich auch im Gewebe da Zellen zusammenfinden. Und man braucht diese Art von Forschung, um besser zu verstehen, wie Immunzellen jetzt wirklich ihren Weg zum Entzündungsort finden beziehungsweise welche Signale da jetzt eine wie starke Rolle spielen. Sie haben ja gesehen, wenn da so zwei Zellen gerade miteinander reden, wie stark muss ich dann den Lockstoff einsetzen, damit die voneinander ablassen und die andere Zelle sieht, da ist was wichtiger. Das kann man also mit dieser Art von Forschung beantworten. Anderes Beispiel, schaltbare Keimzellen. Eine interessante Reaktion im weiblichen Genitaltrakt. Es gibt da bestimmte biochemische Reaktionen, die dazu führen, dass Spermien, wenn sie da mal in der Nähe vom Gebärmutterhals sitzen, nochmal einen Zahn zulegen und noch einen zusätzlichen Reifungsprozess vollführen, der dazu führt, dass die tatsächlich eine Eizelle befruchten können. So ein Spermium irgendwo außerhalb des Körpers könnte das nicht. Die erleben in diesem Gebärmutterhals eine bestimmte Chemikalie, Hydrogencarbonat, also was aus so einer Brause drin ist, ist da in bestimmten Konzentrationen. Das führt dazu, dass da ein Enzym namens SACI aktiviert wird. Und dieses SACI, das wandelt ein Molekül in ein anderes um, wie Enzyme das so tun. In dem Fall haben wir also hier dieses ATP, das ist so die universelle Energiewährung der Zelle. Und das wird hier in so eine zyklische oder doppelzyklische Form umgeführt. Das heißt, C-AMP und C-AMP ist so ein universeller Botenstoff in der Zelle. Wenn da C-AMP-Konzentration hochgeht, dann ändert eine Zelle ihren Zustand. Beim Spermium führt das dann dazu, dass sie hinten mit ihrem Schwänzchen schneller schlagen kann. So. Genau. Das ist also die Funktion vom Zyklo-AMP oder C-AMP. Ja. Jetzt ist in der Fachwelt aber nicht ganz klar, ist dieses C-AMP der alleinige Botenstoff, der da eine Rolle spielt oder gibt es noch einen anderen Botenstoff, der da was macht. Ja. Also Calcium gibt es auch noch als Botenstoff in der Zelle und es ist halt nicht ganz klar, welcher von beiden ist jetzt der wichtige. Und wenn man jetzt dieses Enzym irgendwie fotoschaltbar machen könnte, dann könnte man ja wirklich so mit einem Schlag eine chemische Bedingung und eine chemische innerhalb der Zelle die Botenstoffkonzentration steuern und dann eben tatsächlich entscheiden unter Bedingungen, wo Calcium vorkommt oder nicht vorkommt, passiert dann diese Beschleunigung von der Flagelle oder passiert sie nicht. Schön wäre es also, wenn man jetzt ein Enzym hätte, was fotoschaltbar ist und was dieses Zyklo-AMP herstellt. Das Enzym, was wir in der menschlichen Zelle haben, das reagiert auf Hydrogencarbonat, also schön, aber nicht auf Licht. Es gibt aber einen Tiefseeorganismus, die Vigiatore, die bilden am Meeresboden so ganze Matten, die haben ein bisschen abgefahrenen Stoffwechsel. Was sie aber vor allem haben, ist ein Enzym, was auf Licht reagiert. Wenn sie da halt irgendwie ihre Höhe verändern und dann auf einmal Sonnenlicht abbekommen, dann muss im Organismus da irgendwas Bestimmtes bei diesen Bakterien passieren. Und für die Wissenschaftler ist das natürlich toll. Da kann man dieses Enzym nehmen und für Experimente im Reagenzglas einsetzen. Das Enzym heißt B-Pak, weil das AC steht immer für Adeninzyklase, Enzym, was diese zyklische Verbindung macht. P steht für fotoschaltbar und das kleine B für diese Begiatore, aus dem der Organismus ursprünglich, das Enzym ursprünglich kommt. Es hat hier so kleine Antennenmoleküle. Die auf Licht reagieren, auf blaues Licht genau gesagt. Und das eignet sich eigentlich sehr schön als Werkzeug. Und da haben wir das Schaltprinzip des Performance. Wenn man also jetzt das aktive Zentrum von dem Enzym, wo das ATP rein muss, um zum CAMP zu werden, das ist normalerweise blockiert. Und wenn das belichtet wird, dann springt es auf und dann kann das Substrat da rein diffundieren und wird dann in diese andere Verbindung umgewandelt. Und dadurch kann dann dieser Signalweg angeschaltet werden. So, diffundiert auch wieder raus. Ja, wie bringt man jetzt so ein Enzym in den Organismus rein? Da nimmt man sich die genetische Sequenz. Die findet man in Datenbanken, sind frei zugänglich. Und wir sind mittlerweile gut genug in DNA-Synthese, dass wir auch so eine mehrere, bis zu tausend Basenpaare lange Sequenz einfach künstlich herstellen können. Wenn wir diese Sequenz einer Zelle einschleusen, dann wird die Zelle diese Sequenz erkennen und übersetzen, macht dann also die Proteinsequenz daraus und dann hat die Zelle auf einmal eine Fähigkeit mehr. Man kann zum Beispiel lichtgesteuert CAMP desynthetisieren. Jetzt geht das nicht ganz so einfach. Man muss nämlich dafür sorgen, dass dieses Enzym nicht im ganzen Organismus vorkommt, sondern man will es ja eigentlich nur in den Spermien haben. Und dafür setzt man so einen Promotor davor. Ein Promotor ist so eine Art molekularer Einschalter, der immer nur von bestimmten Zelltypen gelesen werden kann. Und hier den Prim-1, der kommt eben nur in den reifen Keimzellen vor und damit kriege ich also dieses künstliche Protein nur in den Keimzellen von einem Organismus. Und dann baut man oft noch einen Marker dran, damit man das Protein hinterher auch wiederfindet, dass man auch gucken kann, wird das wirklich gemacht oder war das nur Wunschdenken? Und dann bringt man so ein Konstrukt in eine Maus ein, guckt sich dann nach einer Weile an, wie das denn so in den Hoden dieser Maus aussieht. Und dann stellt man fest, also die Maus vorher, diese blauen Zellen, das ist einfach der Hintergrund, mit dem man Zellen anfärbt. In der Wildtyp-Maus ist also nichts. In der Maus, die ich verändert habe, da finde ich also hier irgendwie dieses grün fluoreszierende Protein, was ich diesem künstlichen Protein angehängt habe. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch hier die kleinen Spermien und die haben insbesondere in ihren Flagellen, das ist jetzt hier in der Auflösung nicht so schön zu sehen, aber in ihren Schwänzen, genau da, wo wir es haben wollen, verwendbare Protein. So, da muss man natürlich noch gucken, funktioniert das Ganze. Nimmt also einmal die Wildtyp-Spermien und guckt sich an, wie viel C-AMP haben die normalerweise, also nicht so wirklich viel. Wenn wir Hydrogencarbonat zugeben, dann fängt dieses SACI an zu arbeiten und macht also ganz viel von dem Enzym und wenn wir es belichten, passiert nicht so viel. Wenn wir jetzt unsere künstlichen Zellen nehmen oder unsere manipulierten Zellen, dann sieht man also, normalerweise ist da nicht so wahnsinnig viel Aktivität, die reagieren auch immer noch auf das Hydrogencarbonat, aber die können jetzt auch auf Licht reagieren. Das ist natürlich genau das, was wir haben wollten. So, dann gucken wir uns mal an, wie jetzt diese Spermien reagieren. Wenn wir jetzt also hier so einen Wildtyp-Spermium uns anschauen, man kann die, wenn man die auf so eine proteinbeschichtete Glasplatte setzt, dann bleiben die kleben. Und dann bewegen die sich halt, wie sich so ein Spermium bewegt. Und wenn man sie belichtet, dann bewegen sie sich einfach so weiter. Wenn wir jetzt diese veränderten Zellen anschauen, die haben auch so eine Grundschlagfrequenz, wenn wir sie jetzt belichten, dann sehen sie, dann gibt er auf einmal Gas. Ja, das hat also offenbar funktioniert. Und man hat dann mit diesen Zellen weitergearbeitet, um jetzt auch die Frage aufzuklären, spielt jetzt Calcium da noch eine Rolle oder nicht. Man hat auch noch einen interessanten Nebeneffekt gefunden. Es gibt nämlich ein Gendefekt, bei dem Spermien ihre Beweglichkeit verlieren. Und das ist dieses SLC9A10 Gen. Das ist ein bestimmtes Bindeprotein, was an dieses SACI bindet und dessen Aktivität ermöglicht. Lange Geschichte wieder. Aber die Frage ist, könnte man diese unbeweglichen Spermien wieder beweglich machen, wenn man jetzt dieses schaltbare Protein da rein baut? Ups, das war zu schnell. So, und dann hat dieses SLC9A10 Gen nicht hat, die also eigentlich unfruchtbar ist, der hat man noch zusätzlich dieses BPAC Gen gegeben, also das Fotoschaltbare. So, und hier sieht man eine Population von traurigen, unbeweglichen Spermien. So, die werden jetzt auf wundersame Weise wiederbelebt. Beachten Sie mal diese beiden Kameraden, da sieht man es gleich ganz nett. Die erwachen also wieder zu geheimnisvollem Eigenleben. Ja, also das wäre, könnt jetzt überlegen, ist sowas ein Therapieansatz mit Photochemie sicherlich eher nicht, weil es würde bedeuten, sie müssten sich als Organismus irgendwie genmanipulieren, damit also dann die Spermien dieses andere Protein herstellen und sie müssten irgendwo sehen, dass die am entscheidenden Ort auch belichtet werden und das ist irgendwie eine etwas bizarre Vorstellung. Das könnte man vielleicht für die Praxis anders lösen. Also das ist jetzt hier ein Anwendungsbeispiel aus der Grundlagenforschung, wie man einfach so einer Fragestellung nachgehen kann. Ja natürlich das wäre die einfache Variante nee das ist vollkommen richtig also wenn man es medizinisch machen würde würde man sogar versuchen also die Sache ist ja das Gen fehlt nicht komplett das ist nur nicht aktiv und dann wäre es eher zu überlegen baut man da eine aktive Variante noch ein da gibt es mittlerweile auch andere gentechnische Techniken mit denen man das zielführender machen kann als hier aber da ging es auch wirklich eher darum so einen Signal Weg aufzuklären man könnte das auch ausschalten aber das würde man wirklich nicht mit Licht machen also da könnte man dann wieder so Vermutungen oder Überlegungen anstellen zur Pille für den Mann also ein Medikament das im Grunde dieses SL10 9 A10 Gen ausschaltet oder auch das SACI direkt ausschaltet weil dann wären die Spermien sogar noch beweglich aber sie könnten nicht mehr die Eizelle befruchten ist halt die Frage wer von beiden dann die Pille nehmen will und man weiß auch nicht wo das noch Nebenwirkungen im Körper Fragen mit denen sich die Fortpflanzungsmediziner und Biochemiker tatsächlich beschäftigen das kann ich machen also die Frage gerade war könnte man das auch nehmen als Verhütungstechnik indem man Spermien in der Umkehrreaktion wieder inaktiv macht und könnte man aber lieber medikamentös als mit Beleuchtungseinheiten die man damit sich rumführen muss Das waren glaube ich noch nicht mal transgene Mäuse den hat man nur vorher mit einer Bluttransfusion diese veränderten Zellen reingegeben achso ich habe schon wieder nicht die Frage wiederholt also Frage war eben bei dem Mäuse Beispiel ob da ob das transgene Mäuse waren oder ob man den Mäusen diese oder wie die wie sonst diese aktiven Zellen da ins Mäuseohr reinkommen also da hat man verschiedene Möglichkeiten ich habe noch ein Beispiel denn Sie warten Sie warten Sie warten drauf wie kommt man dazu so eine Maus mit so einer Elektrode im Kopf irgendwie ansteuern zu können denn das ist das letzte Beispiel was ich mitgebracht habe also schaltbare Gehirnfunktionen gerade die Neurowissenschaftler die kämpfen natürlich mit noch komplizierteren Systemen als jetzt die Molekularbiologen und da ist man lange Zeit auf der Suche gewesen nach einem Werkzeug mit dem man so richtig schön gezielt einzelne Gehirnregionen ansprechen kann und um so ein Werkzeug zu entwickeln muss man natürlich erst mal wissen wie eigentlich das Gehirn funktioniert und dazu muss man wissen Nervenzellen kommunizieren mit Aktionspotenzialen das haben wir eben in dem Vortrag vorher auch gesehen man kann diese Aktionspotenziale elektrisch messen das sind also wirkliche Ströme die da fließen und wenn wir uns jetzt mal so Neuron noch mal näher anschauen das ist nochmal die Abbildung von der Netzhaut da gibt es also Axone das sind die Teile von der Nervenzelle über die ein Reiz weitergeleitet wird und dann gibt es noch die Synapsen da wo zwei Nervenzellen aneinander grenzen und das Signal quasi von einer Zelle auf die andere übertragen wird für uns interessant sind jetzt aber mal die Axone da muss man noch wissen dass Zellen ein Potenzial haben sonst ging das ganze elektrochemische ja nicht so eine Zelle ist im Inneren eher negativ geladen und im äußeren Bereich findet man eher eine positive Ladung das hängt damit zusammen wie bestimmte Proteine normalerweise geladen sind und es gibt in den Zellen Pumpen die dafür sorgen dass positiv geladene Teilchen also Natrium und Kalium Ionen rausgepumpt werden und teilweise auch Chlorid Ionen reingepumpt werden und dadurch wird so ein bestimmtes Potenzial aufrecht erhalten das Potenzial einer Nervenzelle ist so ungefähr bei 70 Millivolt und wenn man das Potenzial jetzt so ein bisschen Richtung Null verschiebt und hier an so einen Schwellwert kommt dann öffnen sich spontan so spannungsgesteuerte Poren und durch die strömen negative Ladungen raus und positive Ladungen wieder rein in erster Linie strömen positive Ladungen rein und das führt dazu dass die Zelle depolarisiert und das kann man tatsächlich messen wenn man zwei ganz feine Elektroden in so eine Nervenzelle rein führt da gibt es eine Depolarisation ab einem gewissen Schwellwert hier oben schalten dann wieder andere Kanäle ein oder Pumpen die wieder versuchen das Potenzial zurückzufahren dann schwingt hier der Spannungswert einmal ins Negative und irgendwann stellt sich das Gleichgewicht wieder ein und das ist so ein Spike über den eine Nervenzelle kommuniziert und durch das Axon werden solche Spikes geschickt und die haben immer die gleiche Höhe und die gleiche Länge und wenn eine Nervenzelle einen intensiven Reiz machen will schickt sie ganz viele von denen hintereinander wenn der Reiz schwach ist dann kommen diese Signale halt ein bisschen schleppender und eine Zelle über ihren ganzen Körper und da wo das Axon anfängt da entscheidet die Spannungsveränderung wird dieser Wert erreicht oder nicht und schickt diese Zelle was weiter oder nicht und das ist eine ganz wichtige Sache die man wissen muss um dieses Neuroschalten zu verstehen und da kommt eine Frage zu so ein Potenzial haben wir in den meisten Zellen die können ein bisschen unterschiedlich hoch sein auch selbst innerhalb der Zelle an den Organellen finden wir Potenziale die werden auch zur Energieerzeugung genutzt und auch für Transportprozesse aber nicht zur Kommunikation das Kommunizieren soweit wir bisher wissen machen nur die Nervenzellen ich werde schon wieder gerügt weil ich die Frage nicht wiederholt habe es ging darum ob alle Zellen dieses Potenzial haben oder nur die Nervenzellen bis zum Ende des Vortrags habe ich so ja wir hatten schon mal diese Geschichte mit dem Retinal im Auge das ist dieses Protein wo das reingehört das ist das Rhodopsin den Schaltprozess haben wir jetzt gesehen da schaltet irgendwo so ein kleines Molekül hin und her verändert dadurch die Proteinstruktur und dadurch wird eine Pore geöffnet mit Erinnerung an die Folie von gerade diese Pore ermöglicht also einen Potenzial Ausgleich und dadurch kann also so ein Aktionspotenzial gestartet werden je nachdem wie viel Licht auf so eine Zelle trifft ist eben auch das Signal unterschiedlich stark so ähnliche Proteine finden wir nicht nur im Menschen und auch nicht nur im Auge von Säugetieren sondern auch in Bakterien zum zum Beispiel hier in der grünen Alge die da oben abgebildet ist Chlamydomonas ist ein Haustierchen von den Mikrobiologen da finden wir zwei verschiedene sogenannte Schannel Rhodopsine das Schannel deutet an dass sich da um Kanal handelt durch den Ionen fließen können Sie sehen schon da gibt es mal eine Protonenpumpe und mal eine Kationenpumpe und die dienen bei diesen Chlamydomonas dazu die Phototaxis zu steuern also eigentlich das was wir da ganz am Anfang in dem Filmchen gesehen haben wo diese kleinen grünen Zellen dann dem Licht vom Mikroskop gefolgt sind so ja und dann gibt es noch weitere in anderen Organismen die haben auch verschiedene Funktionen also Phototaxis ist da so der Renner bei Organismen die in hohen Salzkonzentrationen leben helfen solche Ionenpumpen dabei Wasser aufzunehmen indem da der osmotische Druck verändert wird damit Wasser in die Zelle einströmt und die ihr Zellinneres verdünnen kann und manche Zellen nutzen das auch tatsächlich für so eine Art primitives Sehen oder auch um zu hohe Licht Intensitäten zu vermeiden und das Interessante ist dass jetzt diese Kanäle unterschiedliche Ionenpumpen und deshalb unterschiedlich auf Neuronen wirken wenn ich hier so ein Schannelrhodopsin nehme so eine Kationenpumpe dann führt das dazu dass das Membranpotenzial ansteigt das heißt also wenn ich ein Schannelrhodopsin mit Licht aktiviere dann kann ich über den Schwellwert von so einer Nervenzelle kommen und damit ein Aktionspotenzial auslösen wenn ich so eine Anionenpumpe nehme NPHR heißen die wieder als Abkürzung das ist ein Halorhodopsin lange Abkürzung die sind nochmal gentechnisch verändert damit sie ein bisschen besser in Fremdzellen da landen wo man sie gerne hätte die führen dazu dass es zu so einer Hyperpolarisation kommt also ich gehe dann unterhalb von den 70 Millivolt und deshalb kann so eine Zelle schwerer erregt werden das heißt die ist weniger aktiv und es muss ziemlich viel Reiz von außen kommen bis die dann nochmal ein Aktionspotenzial schickt das heißt also ich habe jetzt zwei Kanäle und die eine Sorte Kanal kann ich zum Einschalten nehmen und die andere zum Ausschalten von Nervenzellen und damit habe ich natürlich die Möglichkeit neuronale Prozesse zu steuern so interessante Frage kann man Essverhalten steuern so ein satt auf Knopfdruck oder so bräuchte man weniger Selbstbeherrschung bei der Diät vielleicht ist auch die Umkehrrichtung hilfreich wenn man unter Appetitlosigkeit leidet dass man vielleicht den Appetit wieder einschalten könnte und das ist natürlich eine Forschungsfrage die jetzt weit über so eine Spielerei mit Photochemie hinaus geht wo aber die Photochemie oder Optogenetik helfen kann Grundsatzfragen zu klären normalerweise wird Essensdrang gestoppt dadurch dass man satt ist oder dass einem übel wird oder dass es halt nicht schmeckt oder irgendwas eklig ist vergeht einem der Appetit auch wenn man plötzlich erschreckt und unter starkem Stress steht und geht auch der Appetit runter und man hat herausgefunden es gibt so einen Gehirnbereich der hat mit der Steuerung dieser Prozesse zu tun das ist die Amygdala die sitzt also hier unten einer der älteren Teile des Gehirns und ganz speziell im zentralen Teil dieses Untergebiets des Gehirns sitzen bestimmte Zellen die reagieren auf eine Substanz namens GABA Gamma Aminobuttersäure und die wirken inhibitorisch das heißt die blockieren irgendwas blockieren zum Beispiel einen Fressimpuls und die kann man besonders gut daran erkennen dass sie das Protein PKC herstellen was auch immer das ist die Biochemiker können das als Marker benutzen um diese Zellen schneller von den anderen Zellen zu unterscheiden und diese Zellen reagieren auf ein Sättigungshormon und die reagieren auch auf Substanzen die Übelkeit verursachen und die werden auch aktiviert wenn jetzt ein ganzer Organismus zum Beispiel bittere Stoffe aufnimmt man nimmt immer so Chininlösungen also aus der Bitterlemon den Geschmacksstoff den mögen Mäuse nicht besonders und hören die auf zu trinken und das kann man über Elektroden in dem Fall außerhalb vom Gehirn verfolgen dass da bestimmte Signale losgehen wenn man das Gehirn dann genauer anschaut sieht man es sind eben genau diese PKC Delta Plus Zellen die da angeschaltet werden die sind also offenbar dafür verantwortlich dass einem der Appetit vergeht ja und die Überlegung ist wenn man jetzt diese Neuronen gezielt stilllegt dann müsste doch eigentlich der Essensdrang aufhören und wenn man sie künstlich anregt dann sollte so ein Organismus mehr fressen als eigentlich gut für ihn ist ja und dann nimmt man sich die passenden Werkzeuge dazu wir versuchen also zuerst mal das Ganze den Appetit auszuschalten dazu müssen wir diese PKC Neuronen einschalten und dafür nehmen wir so ein Channel Rhodopsin und damit wir das jetzt in die Maus reinbekommen müssen wir das in ein Virus verpacken das ist jetzt nicht so ein normaler Virus der jetzt irgendwo von Maus zu Maus springt der ist so aufgebaut dass der zwar Erbgut in Zellen bringen kann aber der vermehrt sich nicht in den Zellen das heißt der ist nicht ansteckend also er infiziert Zellen einmal aber die Zelle macht daraufhin nicht noch mehr Virus Partikel sondern der bleibt halt in der Stufe hängen so den packt man in die Maus rein am besten ins Gehirn die infizierten Neuronen stellen diesen Kanal her und bauen es in die Membran ein und dann kommt man zu den Mäusen wie wir sie auf der Eingangsfolie gesehen haben die bekommen so eine Optrode eingebaut die einmal einen Lichtimpuls in die besagte Gehirnregion bringen und die misst Gehirn und innerhalb dieser Gehirnzellen finden wir jetzt diese künstlichen Kanäle in dem Fall wären das so Natriumkanäle und wenn man die jetzt mit einer passenden Wellenlänge belichtet dann schicken diese Neuronen Spikes Sie sehen hier unten immer diese kleinen Lichtpulse und darauf reagieren also die Neuronen mit einem Aktionspotenzial das funktioniert also prima und dann kann man sehen naja also wenn man gefütterte Mäuse aktiviert fressen die weniger als andere Mäuse die aktivierten sind hier immer in Ruth gekennzeichnet wenn man die Mäuse 24 Stunden hungern lässt und sie dann fressen lässt dann fressen sie ja ein bisschen mehr aber auch da kann man ihnen mit diesem Rezeptor mit dieser Pore wenn man sie einschaltet den Appetit verderben aber wenn man das Licht ausschaltet und das ist der Orange Block dann kommt der Appetit auch wieder zurück ist also wirklich genau steuerbar dann kann man solche Diagramme malen wo man schaut also wenn ich das Kontrolllicht an eine andere Stelle vom Gehirn strahle macht die Maus dann irgendwas weil da ein anderer Prozess ist kann man also dann noch beliebig viele Kontrollen machen man sieht aber immer schön sobald ich hier das Aktivierungslicht einmache zap grün ist die Fressphase hört die Fressphase auf ja und wenn die Mäuse diese Aktivierung bekommen dann gehen die auch langsamer an die Nahrung ran und gehen auch seltener zur Futterquelle und weil das alles so abstrakt ist gibt es das auch nochmal als Video hier also unsere ausgehungert macht macht sich was Essen her da kommt der Licht Impuls und dann sind auf einmal andere Dinge interessanter und geht das Ganze auch umgekehrt nehmen wir also den anderen Kanal diesen NPHR wie auch immer also der der in dem Fall die Neuronen deaktiviert und eigentlich dieses Hunger oder diese Appetitlosigkeit bremsen soll gleiche Geschichte nur anderer Kanal so dann kann man also erst mal sehen wenn ich hier Licht einstrahle das ist der gelbe Balken dann bleiben die Aktionspotenziale aus und die Mäuse fressen dann auch mehr und selbst wenn sie vorher gefüttert wurden dann nehmen sie trotzdem noch mehr Nahrung auf und auch insgesamt wenn man so die Fressschübe zählt über die Zeit im Mittel über zehn Mäuse dann sieht man also wenn die aktiviert werden durch Licht in diesem Zentrum im Gehirn dann fressen die mehr zum Schluss noch der Beweis dafür dass das funktioniert da haben wir also eine Maus aus der Serie Licht an Maus frisst los Licht aus dann verliert das Essen irgendwo den Reiz und Licht wieder an und ach guck mal da liegt noch ein Krümel und herein damit das zeigt dass man das schon sehr schön steuern kann und das ist natürlich wichtig um zu untersuchen was treibt uns jetzt eigentlich an zum fressen welche Gehirnregion ist dafür verantwortlich insbesondere bei S ist bei S Störungen will man ja vielleicht auch Mittel haben nicht unbedingt Licht wir wollen es nicht eine Elektrode in den Kopf stecken aber vielleicht geht das auch medikamentös wenn man es mal verstanden hat damit kann man vielleicht manche psychische Störung beheben ja und das steckt auch hinter dieser ganzen Forschung also man möchte diese neurodegenerativen Erkrankungen besser verstehen man möchte verstehen was steckt zum Beispiel hinter Depressionen oder hinter Phobien welche Gehirnregionen spielen da eine Rolle und kann man die vielleicht irgendwie steuern um diese Krankheitsbilder wegzubekommen man möchte also mechanismusbasierte Therapien haben aber man kann natürlich wenn man das Ganze weiterspinnt auch überlegen ob man da nicht zu so einem Enhanced Self kommt also irgendwie statt Kaffee trinken irgendeine andere Pille einwerfen die einen dann noch länger wach und noch länger konzentriert hält oder was auch immer man sich vorstellen könnte was man Leuten in den Kopf einbaut damit die eine bestimmte Performance liefern welcher Art auch immer also Doping im 22. Jahrhundert vielleicht was man bei dieser Technik immer beachten muss also man kann diese Tierversuche nicht ohne weiteres machen das ist nichts für einen Hobbykeller und das liegt unter strengen Auflagen man muss da ziemlich umfangreiche Ethik Anträge stellen und das muss man auch gut begründen dass da ein Sinn dahinter ist und nicht nur weil wir es können da wird also das Tier sehr stark geschützt und da muss man auch Vorkehrungen treffen dass da Tiere nicht mehr als unbedingt nötig leiden dass Betäubung eingesetzt wird und die artgerecht gehalten werden Versuche am Menschen ist sowieso keine Frage liegen unter noch strengeren Kontrollen und ganz wichtig diese virusbasierten Ansätze die sind noch nicht sicher die würde man heute nicht im Menschen anwenden einfach aus dem Grund weil man nicht weiß wo wird dieses Gen eingebaut wenn man es falsch einbaut führt es dazu dass sich Zellen unkontrolliert teilen und dann hat man Gehirntumor ist also noch alles mit größter Vorsicht zu genießen und es ist mehr ein Werkzeug um was zu verstehen als ein Werkzeug um da irgendwo konkret was zu heilen das heilen würde man dann vielleicht wieder traditionell mit Medikamenten machen wollen oder vielleicht mit so was weiß ich einer Maske mit der mal irgendwo elektrisch oder magnetisch dann doch die Region fein stimuliert weil nicht alles was machbar ist ist unbedingt gut es bringt aber doch einiges an Erkenntnissen die vielleicht doch mal zum guten Zweck eingesetzt werden können ja und damit bin ich am Ende des Vortrags angekommen ich lasse ihr noch ein bisschen hier diese Maus anschauen und danke für die Aufmerksamkeit Also die Frage ist kann man das für die Krebsforschung nutzen und könnte man damit auch Krebszellen abschalten könnte man theoretisch machen da gibt es andere Arten von Fototherapie wo man versucht einen Fotosensibilisator in die Nähe von einer Krebszelle zu bringen der irgendwie eine Oberflächenstruktur erkennt und wenn man den bestrahlt erzeugt der Verbindungen die die Krebszelle einfach abtöten das kommt ein bisschen darauf an wie man die Bestrahlung macht also man versucht da immer möglichst langwellig zu bestrahlen weil so die Zellschäden die fangen auch im Ultraviolett Bereich an und man versucht langwellige Strahlung zu nehmen die so ein Fotosensibilisator aktiviert der dann in der Fotoreaktion reaktive Sauerstoff Spezies erzeugt die dann wiederum nur die benachbarten Zellen angreifen und wenn die angegriffen werden dann sind sie auch richtig kaputt und es ist nicht so dass sich dann die Nachbarschaft wieder krebsartig verändert das ist ja ein großes Problem bei vielen Bestrahlungstherapien dass man zwar den Tumor tötet aber dafür wieder die nächsten Tumore in der Umgebung theoretisch auslösen kann also das sind eher andere Ansätze die man da wählt aber wer weiß vielleicht findet sich da auch eine Schnittmenge also das ist erst seit acht Jahren so richtig publik die Gruppe die diese Optogenetik Sachen erforscht hat die hat auf ihrer Webseite auch so eine Ressourcenseite wo man also als wissenschaftliches Labor sich tatsächlich auch diese Gene bestellen kann und diese Virus Konstrukte und auch die Bauanleitung für so eine Optrode also die machen das alles sehr transparent und offen und das wird gerade von den Neurowissenschaftlern total begrüßt und vielleicht auch von den Krebsforschern wer weiß vielleicht so ein Gehirntumor den man bei irgendwelche Aktivitäten wegbekommt warum nicht ja na gut die Frage ist wie effizient diese Proteine sind und ob man sie miniaturisieren oder ob man die Belichtung miniaturisieren könnte ich glaube dass das also momentan ist das tatsächlich Laserlicht was man da reinleitet ich könnte mir aber schon vorstellen wenn man so einen Mikrochip hätte mit einer LED die man jetzt wirklich in unmittelbare Nachbarschaft von den besagten Zellen bringt dass man da schon was anregen könnte ich kenne jetzt leider nicht die Zahlen für die Quantenausbeute von diesen Kanälen man findet in den Publikationen immer so Dosis Wirkungskurven wie viel Mikrowatt pro Kubikmillimeter muss man da einstrahlen um den Effekt zu gewinnen zu erreichen mit welchem Prozentsatz könnte ich jetzt nicht sagen ob da so eine typische was weiß ich Mikro LED ausreichen würde aber man ist auf dem Weg dahin da ist auch gentechnisch schon einiges passiert um die Effizienz hoch zu bringen und die Wellenlänge auch einzustellen Ja klar Das könnte man tatsächlich machen ich hatte es auf den Folien drauf stehen das war ein bisschen kleiner geraten also hier der deaktivierende der hat 593 Nanometer das ist irgendwie im orangen Bereich und der aktivierende ist bei 473 das ist so bläulich grün also das könnte man nebeneinander machen wenn man entsprechenden Lichtfilter hat ich glaube ich glaube das wird auch schon gemacht es gibt also das sind auch nicht die einzigen proteine die habe ich jetzt nur als beispiel ausgewählt es gibt irgendwo ein review von 2012 da haben die so ein ganzes schaubild mit verschiedenen diagrammen also da muss man auch gucken wie lange bleibt so eine pore offen wenn man sie aktiviert hat es gibt welche die bleiben lange offen es gibt welche die gehen schnell wieder zu es gibt welche die kann man sogar durch Licht wieder bewusst zuschalten also je nachdem was man eben gerade braucht da ist also jetzt echt wie so eine Art Werkzeugkasten verfügbar mit optimierten Proteinen die man dafür einsetzen kann wenn es keine Fragen mehr gibt dann nochmal danke für die Diskussion und fürs Zuhören ich bin noch ein bisschen hier heute wenn noch Fragen einfallen können wir da gerne noch drüber reden